Servus YouTube Freunde. Tom und ich waren vor kurzem im Schloss Halbturm. Das ist in Halbturm im Seewinkel am Neusiedler See unten in Bodenland in Österreich. Genau dort ist es. Dort waren wir schon zur Blauen Stunde. Das heißt, wir waren schon um 7 Uhr dort bereit zum Fotografieren, Filmen. Die Drohne haben wir ansteigen lassen. Und hier habe ich mal als Fotostrecke die schönsten Fotos der Blauen Stunde zusammengestellt. Mir gefallen die unheimlich. Tom hat alle Fotos gemacht. Tom, du bist an der Kamera echt gigantisch. Das muss mal gesagt werden. Deine Fotos, das ist der Wahnsinn. Nun, dann viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns wieder. Servus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.